Und weiter geht's auch schon. Äh, we've some game und ich hoffe, dass ich nicht aufhängt. Los, 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 mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Und ich hab ganz vergessen, hier eine Waffe zu holen, die bei mir da irgendwo in diesem Schuppen rum lag. Die ich das letzte Mal, als ich den Mittwoch angefangen hatte, aufgesammelt hatte, aber nicht in diesem Part. Das werde ich wohl dann am Donnerstag nachholen, denn die Waffe ist auch ganz toll. Dschihad. Ah, also, die Taliban haben jetzt wohl die Kirche übernommen. Auch nicht schlecht. Lass mich durch. Ähm, und da lang geht's jetzt wohl zur... Pff, geh weg. Ja, hier geht's zum Friedhof. Stopp, 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 stopp. Okay, wir gehen jetzt hier hoch, irgendwo muss... Da, der, der, da ist es. Glaub ich. Da. Und. Das ist das Ticket. War das, war das unser Papa? Nein, natürlich nicht. Äh, aber ich packe den mal lieber wieder ein. Äh, war's der da? Meatgun? Nein. Da, der hier. Zombie-Dead. Hup, so. Ah, das war doch nicht unser Papa. Aber, der ist auch lustig. Der war wirklich ein Zombie-Dead. Ah, oh nein. Komm, weg, weg, weg. Verlust dich. Okay. Okay. Ich denke, ich bin da. Geh weg, Zombie-Dead. Wenn es auf deiner Scheiße war, du kennst. Du bleibst zu sprechen. Ich bleibst zu sprechen. Ich bleibst zu sprechen. Aber der scheint nicht sterben zu wollen. Okay. Heilen, 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 heilen. Heilen. Da. Mir egal. So. Das kann nicht gut sein für mich. Ich fühle mich groß. Äh, super. Jetzt komme ich ihn nicht mehr hoch. Muss ich doch hier lang? Da ist Zombie-Dead. Geh weg. Mal gucken. Vielleicht können wir ihn in den Kopf einschlagen. Jo, können wir. Ist das jetzt Zombie... äh, unser Dad? Nicht Zombie-Dead? Nicht schon wieder Zombie-Dead. Ich glaube, hier war er, oder? Geht nicht kaputt. Ach, hier ist es. M-T-Dead. Ja, geschafft. Next. Next passiert noch was. Ah, jetzt kannst du nicht sagen, dass ich dir nichts für den Father's Day nicht gegeben habe. Hu 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 hu. Jaaau! Oh, wer ist das? Leute mit Schaufeln. Hehehe. 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 Okay, was wollen die von mir? Hehehe. 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 Du hast mich gefangen genommen. So. Und du auch. Du Sack. Was ist das? Ich weiß nicht. Aber was haben die gemacht? Das ist doch alles wie sonst. Du lebst immer noch. Immer noch. Ist das tot? Jo, ich glaub schon. Was ist das? Hier ist Pex. Warum haben wir so komischen Handschuhe an? Uh, was ist mit uns passiert? Oh, was ist mit uns passiert? Oh, großartig. Jetzt ist mein Tag komplett. Man, ich kann nicht nach Hause schauen, wie das. Ich hätte besser meine Drei-Kleaning angenommen. Mal sehen. Ich glaube, ich muss hier für das gehen. Jo, wir müssen uns in den alten Anzug wieder zurückholen. Das macht mir echt Angst. Aber hier irgendwo müssten unsere... Hey, was ist denn hier los? Hey, geh weg. 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 Hey, du bist ja auch da. Das ist für so eine Vereinigung schwuler Bondage-Typen. Jo, der wäre tot. Du auch, bitte. Die breit übrigens, wenn man mit der rechten macht, dann breit die so von der Wand ab. Die ist jetzt wohl durch die Tür geflogen. Jo, da ist er. Okay. Und die kann auch in der Wand stecken bleiben. Und dann kann man sie wieder aufsammeln. Dann hat man die wieder. Oh. Geht nicht kaputt. Wo sind wir hier? Wir gehen hier durch. Oh mein Gott. Was ist mit uns passiert? Okay, wir standen da so und dann sind die von hinten gekommen und dann haben sie uns von hinten genommen. Ne, die haben sich ja gestritten, welcher Tag heute ist und die wechseln sich wohl immer ab. Wer an dem Tag den Gefangenen nehmen darf. Oh ja, auch nicht schlecht. Ähm, den ja. Ähm, bam. Versteidigung nicht schlecht. Jedenfalls besser als die Schaufel. Oder die Scheren. Wenn die Scherven machen, ist es wirklich Schaden. Aber was ist das da? Nein, ich will nicht, das ist explodiert. Da unten liegen die ziemlich tot rum. Da ist ein Heelspack oder mehrere. Hör mich mal auf. Das ist wirklich funktioniert. Wie wir rauskommen, weiß ich auch nicht mehr so genau. Ähm, da geht's dann. Okay. Ähm. So würde ich das haben. Uh, hier ist Back. Nach dem Reiner. Da ist ein Brett. Das ist auch eins, aber müssen wir so rüberspringen. Und da müssen wir quatschen. Öp. Und so, dadurch. Äh, eine Crackpipe. Super. Die wollte ich auch unbedingt haben. Hab mir nie was anderes gewünscht. Immer von meiner Mutter eine Crackpipe zum Geburtstag. Ähm. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo es lang ging. Ist halt echt schon wieder eine Weile her. Äh. Und wo kamen wir jetzt eigentlich von da oben? Ähm. Kommen wir jetzt hier nicht mal mehr raus? Oder können wir da runter? Ja, können wir. Nein, können wir nicht. Okay. Mal sehen. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, ist okay. Ey, lass mich raus. So. Oh mein Gott, Billy Bob. Ich liebe dich, das Show. Jo, ihr könnt jetzt ruhig weiterleben. Ich möchte nur... weg. Jo, die Szene kennen wir schon. ein ganzes Camp. Oh, großartig. Jetzt ist mein Tag. Äh. Tag ist komplett. Mann, ich kann nicht nach Hause schauen, wie das. Ich hätte besser gehen, meine Drei-Kleaning zu nehmen. Mal sehen. Ich glaube, ich muss hierher gehen. Für das. So. Und ich überlege gerade, was wir jetzt nix mehr machen sollen. Ich glaube, wir holen dann unseren Anzug erst mal, weil sonst alle über uns lachen. Äh, pff. Ja. Mir ist jetzt hier alles egal. Zum Schluss kriege ich, glaube ich, sogar sofort meine Waffe wieder. Hoffe ich. Ja, lass mich durch. Fuck. So, hier durch. Fuck. Da durch die Tür. Wow. Und ne Zeitung noch. Ja, und ich muss echt mal kritisieren. Hier, irgendwie scheinen die ganzen Menschen aus einer einzigen Hit-Bahn zu stehen. Also Headshots machen überhaupt nichts. Äh, bringt's eigentlich mehr, wenn man mit einer Schaufel raufhaut. Ähm. So, jetzt müssen wir da laden. Bö. Ja, ich geh nochmal runter. Aber, ich seh schon, wir haben keine Zeit mehr. Rüber, nein. Okay, ich spiel nochmal mit dem Part und so. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.